Auf einen schönen Abend. Auf einen schönen... Kann ich ganz kurz einmal gucken? Ja klar, kein Problem. Stört dich nicht? Okay, geht ganz schnell. Das ist meine Mutter, da müsste ich kurz antworten. Kein Problem. Alles okay? Ja, sorry, ist meine Gesichtserkennung. Als ich die eingerichtet habe, ist mir gerade die Kaffeetasse aus der Hand gefallen. Ich habe mir dummerweise nicht gemerkt, wie genau ich in dem Moment geguckt habe. Ist egal. Kann ich auch später antworten. Wo waren wir stehen geblieben? Ja. Ja. Ja.